Das Blöde an den Daleks ist, dass die oft so langsam reden. Vermutlich sterbe ich vor Langeweile, bevor der erste Schuss fällt. Der Doktor wird benötigt. Hey ihr, hört mir zu. Helft ihm. Helft ihm, die Zukunft zu verändern. Tut es. Tut irgendwas. Ihr habt eine Frage gestellt. Es wird Zeit, dass euch jemand sagt, dass ihr es falsch verstanden habt. Sein Name ist der Doktor. Einen anderen braucht er nicht. Der Name enthält alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wenn ihr ihn liebt, und das solltet ihr, dann helft ihm. Helft ihm. Entschuldigt bin ich mir der Schnellste. Und auch nicht in Bestform. Dein Körper stirbt, Doktor. Ja. Ich sterbe. Ihr versucht seit Jahrhunderten, mich umzubringen, und jetzt seht nur. Ich sterbe in Altersschwäche. Also wirklich, alles muss man alleine machen. Du wirst sterben? Und die Timelords niemals zurückkehren? Und doch wagt ihr es nicht, mich zu erschießen, ihr... Fürchtet, dass ich noch ein Ass im Ärmel habe! Nun, ihr könnt loslegen, Freunde. Ich kann nichts dagegen unternehmen. Ich kann nichts dagegen unternehmen. Jetzt sterben, Doktor! Dies ist dein Ende! Die Regeln der Regeneration sind uns bekannt. Du hast all dein Leben aufgebraucht! Entschuldige! Was hast du gesagt? Erwähltest du gerade irgendwelche Regeln? Tja, nun. Kleiner Tipp für euch. Sprecht die Wahrheit, wenn ihr sie kennt. Gerne auch ein Machtwort. Wenn ihr den Mut dazu habt. Aber, Daleks, erklärt mir! Niemals! Niemals die Regeln! Notfall! Notfall! Der Doktor regeneriert! Der Doktor regeneriert! Oh, seht mal her! Regeneration Nummer 13! Wir brechen gerade einige Naturgesetze, meine Freunde! Das Ganze wird ein echter Hammer! Eliminieren! Eliminiert den Doktor! Ha! Ihr denkt, ihr könnt mich aufhalten, Daleks? Ihr wollt also mein Leben? Ha! Ha! Kommt! Und! Holt es euch! Geht rein! Runter von der Straße! Beeilt euch schnell! 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 Ha! Ha! Alles Liebe aus Gallifrey, Leute! Ha!